Ähm, Leute, wo bin ich, Mann? Äh, äh, also hier ist ein Diamantblock, äh, ein Lavasee oder eher gesagt ein Lavafluss oder keine Ahnung, was das hier ist. Oder ein Lavameer, keine Ahnung, Mann. Ähm, also das Einzige, was wir haben, wir haben gar nichts. Wir waren doch gerade noch bei einem Lucky Block Race Video, Alter. Was ist denn jetzt passiert? Ich sag euch ehrlich, wir sind jetzt irgendwo, irgendwo, nirgendwo, Mann. Lasst dann ja kein Abo da, wenn ihr denkt, wir werden das überleben. Und wenn ihr irgendeinen Hinweis seht, Leute, das mich retten könnte, Mann. Ich würd sagen, ich guck mich jetzt mal um und ich seh hier wirklich rein und gar nichts. Ähm, Leute, wieso ist hier ne Kiste, Mann? Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr? Was könnte hier drin sein? Ich würd sagen, wir öffnen sie in 3, 2, 1. Wow! Alter, das ist heftig, Mann. Ah, Lucky, minus 80, Mann. Also, zwar ist das geil, also Lucky Blöcke sind ja im Prinzip geil, meine Freunde. Aber, das große Problem ist, diese minus 80, das heißt, es könnte jetzt einfach was hier explodieren. Ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal hier, zack, bisschen Schutz, ne? Weil wir haben ja auch Steinblöcke, geht doch fit, meine Freunde. Damit wirklich nichts passiert, weil diese minus 80, wären die Lacken 0 oder so. Ja, da würd ich sie jetzt einfach ohne was zu bauen aufmachen. Aber so geht das nicht, meine Freunde. Boah, Alter. Ich würd sagen, dann bauen wir uns kurz eine Festung und machen die von hier oben auf. Ich würd sagen, wir machen jetzt den ersten Lucky Block auf, meine Freunde. Und, bitte, bitte, bitte. Hä? Oh mein Gott. Nein, alles ist weg. Aber, was ist das, meine Freunde? Ich glaub, das ist kein gutes Zeichen. Aber eine kleine Festung haben wir jetzt dadurch bekommen. Es ist halt, Leute, Mann, wie sollen wir das denn überleben hier? Aber der Lack, der Diamantblock ist auch weg. Oha, wie schnell bin ich? Ich muss aufpassen. Okay, Leute, wir haben jetzt zum Glück schon eine Festung gebaut. In so einer kurzen Zeitalter. Durch einen Lucky Block. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht noch mehr Unglück haben. Ey, ich muss jetzt Glück haben, meine Freunde. Hier darf jetzt nichts Schlimmes rauskommen wie ein Wurda oder was weiß ich, meine Freunde. Ich kenn diesen Astralblock. Oh, Obsidian. Alter, Leute, Obsidian wichtig. Oh mein Gott, ist Obsidian wichtig. Alter. Obsidian ist ja mal richtig wichtig, Leute. Jetzt, ich glaub, jetzt kann uns niemand halten, dass wir das nicht schaffen. Ich sag euch ehrlich. Okay, das ist wichtig, Leute, dass wir jetzt Obsidian bekommen haben. Bro, bro, bro. Okay, den können wir dann hier aufmachen. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Bro, bro. Oh mein Gott. Ein halbes Herz, meine Freunde. Bro. Bro. Halbes Herz. Alter. Ey, das ist krass. Oh mein Gott. Wie unlucky. Also wirklich. Wie unlucky kann man sein. Okay, okay. Sticks. Sehr wichtig. Sticks. Ey. Oh, nein. Nein, Leute. Das war wichtig. Oh mein Gott, Bro. Das war richtig wichtig, Alter. Ey, das war richtig alt. Mann. Oh, Mann. Jetzt kann ich... Oh. TNT. Leute, wir müssen alles zubauen, damit wirklich... Damit alles geschützt ist. Oh. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt kommt Shade, Leute. Entweder da kommt was Gutes raus oder da kommt was Schlechtes raus. Boah, TNT. TNT. Ey. Leute, jetzt wird's... Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich, meine Freunde. Jetzt muss ich mich einmal weit weg bauen, damit im Notfall ich einfach weglaufen kann. Ich sag euch ehrlich. Damit ich im Notfall einfach hier hinlaufen kann, damit mir nichts passiert. Wenn TNT kommt, sind wir weg. Okay. Oh mein Gott, Leute. Alter. Wie hab ich das geschafft? Bro. Alter. Wie hab ich das denn geschafft, meine Freunde? Bro. Ey, ich hab doch gesagt, das ist Unlucky hier, meine Freunde. Bro, wieso glaubt mir denn keiner? Egal, Leute. Wir ziehen durch. Wir werden das schaffen. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja... Wieso haben wir das denn schaffen? Okay, lebt der... Ach, Leute. Seht ihr das? Oh mein Gott. Leute? Seht ihr das auch oder bin ich blind? Hä? Das sind doch Dias und drei Kissen. Da müssen wir unbedingt hingehen, meine Freunde. Bro. Ich mach jetzt doch diese... Ich mach jetzt doch diese Blöcke auf. Alter, Leute. Das ist ja... Wir müssen jetzt die neuen... Oha. Was ist das denn? Sind das... Nein. Ja. Let's go. Damit können wir Rüstung machen, Leute. Oh mein Gott. Was ist das? Self-Boost Magic. Was kann ich damit machen? Chur. Was ist Chur, Leute? Mann, ich kann kein Englisch. Egal, Leute. Aber guckt mal, was wir haben. Das ist krass. Das ist krass. Damit können wir uns Rüstung machen. Und kann uns niemand was, Alter. Ey, das ist ja geil. Oh mein Gott, meine Freunde. Damit haben wir jetzt gewonnen. Oh mein Gott, Leute. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach jetzt erstmal rüber. Bevor wir was anderes machen. Dahin. Ich frage mich ehrlich, was das ist, meine Freunde. Oh mein Gott, Leute. Wir sind fast drüben, Alter. Und? Ja, let's go. Ey, was denkt ihr? Was ist denn hier in den Kissen, Leute? Oh mein Gott. Hä? Wieso? Hier ist Weizen. Hier ist ein Baum. Damit können wir uns dann hier mit. Guck mal, wir machen uns jetzt damit. Batz, Alter. Das ist krass. Aber, hä? Hier ist ein Baum und Weizen. Wir brauchen unbedingt Essen, meine Freunde. Ich sag's euch. Wir brauchen unbedingt Essen. Und hier kommt auch schon Lava rüber. Wir müssen uns beieilen. Ich weiß irgendwie ein Lava-Flut ist oder was. Das weiß ich. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf, Leute. Seid ready. Lasst ein Lacken, ein Abo da. Für dieses Video lasse ich hier in Lava kämpfen, Alter. Ich mach's jetzt auf, meine Freunde. Yo. Bro. Nein. Wir haben gewonnen. Alter. Easy. Äh. Nein. Wir haben gewonnen, meine Freunde. Leider kann ich nirgendwo anders aufmachen. Das heißt, wir müssen jetzt. Oh mein Gott. Ich würde sagen, Leute. Wir gehen sonst jetzt doch mal. Oh nein. Oh nein. Wir kommen nicht mehr rüber, oder? Wir kommen nicht mehr rüber, oder, meine Freunde? Ich weiß es nicht. Okay, doch. Oh mein Gott, Leute. Schnell, 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 schnell. Wir müssen die jetzt aufmachen, Mann. Auch die anderen lassen wir erstmal zurück, falls da noch welche sind. Oh. Was ist das? Yo. 200 für... Nein. 240 Angriffsschaden. Bro. Wir haben gewonnen, meine Freunde. Alter. Soll ich meinen ersten Lucky Block mit Glack 0? Okay. Was sind das hier für welche, Mann? Okay. Oh. Ja. Schnelligkeit und Stärke, Leute. Sehr gut. Also bis jetzt. Wir sind sehr gut ausgerüstet. Oh mein Gott. Und? Was ist das? Ach, Black Orb. Den kenne ich schon. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Das meine ich auch. Wenn, dann als letztes, Leute. Aber so mache ich es nicht auf. Ja, okay. Das ist auch ganz gut, Leute. Aber jetzt haben wir die ersten Shade Lucky Blöcke aufgemacht. Ähm. Sind sehr gut bis jetzt gewesen. Das hier, Leute. Das können wir vergessen. Aber sehr gut bis jetzt. Ihr seht, wir sind schon fast voll ausgerüstet. Also, ich sage euch ehrlich, das ist wirklich sehr krass. Und wir, Leute. Hier sind noch drei, zwei andere Kisten, Mann. Okay. Astral Lucky Blöcke. Geht fit. Ich sage euch ehrlich, das geht fit, meine Freunde. Astral Lucky Blöcke, die sind ganz okay. Ich sage euch ehrlich. Ich muss aufpassen, dass ich natürlich hier nicht runterfalle. Ähm. Ich würde sagen, die machen wir auf. Es kann halt immer was Schlimmes. Shade Lucky Blöcke sind eine der stärksten, wisst ihr? Muss man... Oh mein Gott. Hä? Wer ist das denn? Leute? Wer ist das? Hä? Wer war das? Oh mein Gott. Ich habe doch gesagt, Leute. Ich habe euch... Ich habe... Hä? Hä? Warum... Nein, ich brauche kein Drachen. Ich sage euch ehrlich. Ich habe doch gesagt, diese Astral Lucky Blöcke, davon müssen muss man aufpassen. Ja, Gas dann, Leute. Okay. Ja, da muss ich aufpassen, Leute. 20 Sekunden muss ich jetzt vor denen überleben. Oh mein Gott. Ich habe gesagt, diese Astral Luck Null, Leute. Boah. Bro, die sind... Alter, was ist denn hier los, Mann? Ich habe... Okay, ich habe einen Bogen. Ich wusste das gar nicht. Mann. Okay. Ähm. Leute, ich kann gut schießen, oder? Was findet ihr? So? Ja, okay. Ist eigentlich egal. meine Freunde. Weil wir kriegen hier eh bis jetzt... Uh. Zum Verzaubern. Sehr gut. Aber wir kriegen bis jetzt eh nur Kacki. Oh mein Gott. Na. Alter, guckt mal meine Hose an. Bro. Nein, Leute. Ich habe gewonnen. Ich habe damit jetzt... Vielleicht habe ich gewonnen. Vielleicht auch nicht, meine Freunde. Bro, das ist ja... Das ist ja krank, Alter. Was wir alles bekommen. Jetzt müssen wir noch Glück haben, Leute. Jetzt müssen wir noch Glück haben. So, meine Freunde. Seid ihr ready? Wir öffnen diese Kiste in drei. Zwei, eins und... Ähm. Nein, Bro. Warum ist da Pum drin? Also, ich kann es mal so... Ah, ah. Nennt man das aber auch. Das nennt man aber auch... Ah, ah, meine Freunde. Oh, aber plus 80. Das ist ganz okay, meine Freunde. Ich mag gucken, was da so rauskommen wird. Dafür müssen wir wieder in 8 gehen, weil... Man weiß nie. Man weiß nie. Beim Shade Lucky Block kann ja auch was Schlechtes rauskommen. Haben wir ja erfahren, meine Freunde. Da, wo der Brun gekommen ist. Deswegen mache ich den auch nicht auf. Sonst kommt wieder was richtig Schlimmes, meine Freunde. Wisst ihr, das ist... Wir müssen halt einfach aufpassen. Vielleicht kann ich von hier unten oder so. Oh, mein Gott, Bro. Ich habe so Angst. Hä? Was tradet der? Was tradet der? Oh, schade, meine Freunde. Tut mir leid. Wir haben leider keine Dias. Oh, nein. Nein. Habe ich nicht getan. Habe ich nicht getan. Bro. Ich habe einfach mein Schwert rausgeworfen. Ey, das... Also, nee. Also, jetzt... Jetzt muss was Gutes rauskommen. Sonst rasse ich hier richtig aus, Mann. Was ist das? Ein Bogen. Okay. Okay, nice. Ein nicer Bogen. Er sieht gut aus, meine Freunde. Sehr gut. Okay, noch ein Lucky Block. Den kann... Hä? Wieso? Oh, Diamanten. Sehr nice. Und ein bisschen Essen zum Snacken, Leute. Ein bisschen Erbel. Wisst ihr, das ist sehr, 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 sehr gut. Und jetzt der letzte Lucky Block. Bitte kommt da was Gutes. Fisch. Bro, Puppel ist ein Fisch, aber ich brauche keinen Fisch. Ey, oh mein Gott, Leute. Jetzt müssen wir noch mal hoffen, dass da irgendwas steht. Ähm. Ja, irgendein... Keine Ahnung. Irgendwas. Dass da irgendwas Secret versteckt ist. Ich sag euch ehrlich. So, meine Freunde. Ähm. Ich würd sagen, wir bauen uns jetzt... Ich musste die leider nehmen, Leute. Deswegen war grad auch ein kurzer Cut. Ich muss diese Iota-Blöcke... Muss ich jetzt leider usen. Ich muss hoffen, dass da jetzt was Gutes ist. Wir gehen jetzt mal zum Weizen. Und das sind ja Diamantblöcke. Die können wir sind jetzt abbauen. Und... Ja, das ist auch... Doch, doch. Das wird noch reichen. Ähm. Und dann werden wir, Leute... Das wird richtig geil. Ähm. Halt... Ja, da hingehen. Und uns dann... Fett hier. Wir haben noch hier davon welche, Leute. Äh. Dann werden wir uns richtig fett Sachen craften. Shade, 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 Shade. Oh mein Gott, Leute. Hier ist wieder Shade. Das ist... Das ist ja mein Traum, ey. Also... Leute, das ist... Das ist halt auf eigene Gefahr jetzt. Entweder wird das... Minus 80 sein. Null. Oder 100. Oh, Leute. Schreibt's in die Kommentare. Soll ich's wagen? Oh mein Gott. Ich wach's jetzt einfach. Und los. Nein. Nein. Wir haben den Bogen nicht bekommen. Wir haben den Bogen nicht... Nein. Wir haben den Bogen nicht bekommen, meine Freunde. Nein. Das... Oh mein Gott. Ich glaub, das war Shade 100. Ey. Wir haben einfach den Shade-Block bekommen. Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein... Wir sind unbesiegbar. Oh mein... Nein. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal. Leute. Weg mit dem Schmutz. Alter. Wir haben damit doch gewonnen, Leute. Wir haben damit gewonnen. Bro. Oh mein... Nein, Leute. Nein. Na. Rainbow Orb. Was kann man damit... Nein. Oh. Jetzt hab ich leider Herz verloren. Aber... Bro. Nein. Ey. Wir sind jetzt unbesiegbar. Leider können wir noch nicht fliegen. Aber ich glaub, Regeneration... Ähm... Weißt du was, was das geil ist? Wir sind Shade jetzt, Leute. Oh mein Gott, Alter. Das ist krass. Das ist jetzt... Jetzt, Leute. Jetzt bin ich im Flow. Ich sag euch ehrlich. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich im Flow. Ich nehm jetzt... Zack, Leute. Und jetzt schwimm ich da... Eigenhändig rüber. Zack. Zack. Jetzt schwimm ich darüber, Leute. Weil die Lava kann mir ja nix. Jetzt rüsse ich mich noch ein bisschen aus, Leute. Und dann... Und dann, Leute. Ihr wisst, was da passiert. Dann werden wir hier ausbrechen aus dem Lavasee. Was weiß ich, meine Freunde. Das ist richtig krass. Ich sag euch ehrlich. So. Zack. Da wir ja jetzt goldenen Äpfel haben, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich sag euch ehrlich. Gar nicht dran gedacht. Aber jetzt... Guck mal, Leute. So, meine Freunde. Ich hab jetzt fertig gefarmt. Also, wie sieht. Ich hab fertig gefarmt. Jetzt können wir auch schon direkt loslesen mit den Craften. Hier, da machen wir uns doch mal schöne Sticks, Leute. Auf chillig. Wisst ihr, meine Freunde? Jetzt müssen wir uns eine Spitzhacke machen. Mal. Guck mal. Guck mal. Nein. Kann man nicht machen damit. Man kann damit keine Spitzhacke machen. Wartet mal. Wartet mal. Jota, Spitzhacke. Wie macht man die, Leute? Wie macht man die Spitzhacke, meine Freunde? Das steht hier irgendwie nicht. Ich glaub, das kann man nicht craften. Ich glaub, das bekommt man nur aus irgendwie Lucky Blocks oder so, meine Freunde. Nein. Ey. Das tut schon weh, wenn man sich das an... Egal. Egal, Leute. Egal. Wir machen weiter. Egal, meine Freunde. Haben wir hier... Machen wir hier noch so ein... Oh, was kommt das? Egal, Leute. Hier, da machen wir noch... Zack. Einmal eine Hose. Ne. Schuhe waren das. Schuhe waren das. Hier, zack, Leute. Und jetzt... Bro, was... Was filmt hier jemand? Ganz ehrlich. Oh, aufpassen. Ich würd sagen, wir schwimmen da jetzt wieder hin. Und dann, Leute. Wir brechen hier aus. Ich sag euch ehrlich. Ich mach alles. Wir brechen hier aus, meine Freunde. Mittlerweile wieder hier. Ihr seht... Boah, wir haben alles gelootet. Also das ist krass. Wir sind auf ein... Ihr müsst euch... Ihr müsst verstehen. Wir sind auf einem Diamantblock gespawnt, ja? Auf einem Diamantblock, ja? Und dann ist sowas passiert. Dann sind wir jetzt die Stärksten gefühlt. Ich sag euch ehrlich. Dann sind wir jetzt gefühlt die Stärksten. Also falls jemand will, komm. Komm gerne. Guck mal. Mein Schwert macht 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 Angriffsschaden. Ich kann es jetzt nicht einfach so sagen, Leute. Aber es ist krass, Mann. Es ist krass. Wir sind jetzt die Stärksten. Denkt ihr? Ich kann auch... Oh, warte mal. Was ist das denn? Leute? Was steht da? Warte mal. Ein Portal steht da. Kann ich vielleicht zum nächsten Video damit springen? Ähm. Leute, ich spring da jetzt mal rein. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nee, ich sterbe auch ohne... Ohne Goldäppel sterbe ich nicht. Aber hä? Was ist denn da, Leute? Also wir sind jetzt hier, aber... Äh. Oh mein Gott. Es brennt. Na klar, weil ich habe ja Holz hingespawnt. Was anderes habe ich nicht. Also hier ist ein Portal. Ja, was steht hier? Portal zum nächsten Video. Was ist das denn, Leute? Zum nächsten Video. Oha. Was steht hier? Preis 20 Diamantblock. Also kann ich sonst nicht hier rein, oder was? Oder wie sieht es aus? Portal. Also Leute, wenn ich jetzt 20 Diamant suche... Alter. Dann kann ich einfach zum nächsten Video... Ich würde sagen, ich farm die jetzt, Mann. Oh mein Gott, ey. So meine Freunde, ich habe jetzt die 20 Diamantblock. Ich habe zwar 23. Ich habe ein bisschen Steifen nach hinten geholt. Habe dann das hier abgebaut, Leute. Wie ihr seht, habe ich halt abgebaut. Und ja, ich habe... Leute, ich habe 23. Ich hoffe, das geht auch. Das ist halt keine gerade Zahl. Aber ich hoffe, das wird jetzt reichen. Dass wir ins nächste Video springen können, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sind jetzt da, meine Freunde. Und ich glaube, ich muss die 20 Diamantblöcke einfach reinwerfen oder so. So, ich wiffe die einfach rein. So. Warte mal. Ich wiffe die einfach rein. Die ist weg. Die ist weg, meine Freunde. Die 20 Diamantblöcke sind weg. Das heißt, Leute. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Ego ein Abo da. Das war wirklich sehr spannend, meine Freunde. Es war wirklich sehr ein spannendes Video. Also, ja, lasst ein Ego ein Abo da. Wir haben von einem Diamantblock, haben wir uns zu Shade hochgearbeitet. Also, Leute. Wie gesagt, lasst ein Ego ein Abo da. Ich würde sagen, das war der Snoopy. Tschüss, tschüss. Oh mein Gott. Ab in diesem Video, Mann. Tschüss. Tschüss.